Hallo, ich bin's wieder, Sophie. Vielleicht kennt ihr mich schon. Wir befinden uns heute wieder auf der Seite babadoom.com und ja, wir machen heute eins von den fünf Spielen, die hier möglich sind auf dieser Plattform und wir drücken jetzt erstmal auf Spielen. So, dieses Spiel hatten wir ja schon beim letzten Mal, aber beim letzten Mal hatte ich vergessen, den Ton anzumachen, aber hier ist auch ein Ton möglich, dass man dann hört, wie es ausgesprochen wird. Hier oben klicken wir mal auf Spielwechsel, also hier. Und hier ist dann ein ganz großes Bild und jetzt stehen da vier Worte und jetzt raten wir entweder, oder wir wissen's. Ähm, ja, wir fangen heute wieder mal mit Englisch an. Und ja, hm, was könnte das wohl sein? Vielleicht das? Okay, nein, das war falsch. Das ist auf jeden Fall das. Das war wieder falsch. Na gut. Hm, gut. Aber das, was dann leuchtet, war dann richtig. Jetzt gehen wir wieder auf Portugiesisch. Äh, das hier? Ja. Wieder richtig. Die Farben sind hier immer sehr schön und bunt. Hier oben sieht man übrigens die Punkte. Die mir dann hier auch abgezogen werden, wenn ich etwas falsch habe. Was natürlich überhaupt kein Problem ist. Dann gehen wir auf Spanisch. Okay, das weiß ich wirklich nicht. Aber es war trotzdem richtig. Okay, falsch. Und jetzt noch ein letztes Mal. Das war aber klar. Ihr kommt übrigens ganz leicht auf die Startseite wieder zurück, wenn ihr hier unten auf dieses Zahnrad geht und dann auf das Häuschen. Huh. Und schon sind wir wieder auf der Startseite von Babadum. Vielleicht hat euch das Video gefallen. Und, ähm, das hoffen wir natürlich. Und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.